Nachdenkseiten Die kritische Website Teils von Putin bezahlt Kann Habeck seine Vorwürfe in Bezug auf die Bauernproteste belegen? Von Florian Warwick Am 8. Januar hatte Robert Habeck über die Social-Media-Kanäle seines Ministeriums eine Videobotschaft anlässlich der landesweiten Bauernproteste veröffentlichen lassen In dieser sprach er unter anderem davon, dass es angeblich die Proteste begleitenden Social-Media-Kampagnen die teils von Putin finanziert werden, gäbe Die Nachdenkseiten wollten auf der Bundespressekonferenz wissen ob der Wirtschaftsminister diese Anschuldigung im Kontext der Proteste belegen könne Nach den O-Tönen der Bundespressekonferenz folgen Informationen zum Hintergrund Warwick zu dem Töne? Herr Habeck hat am 8. Januar ein Video-Statement zu den Bauernprotesten veröffentlicht In dem verweist er in dem Kontext der Bauernproteste auf angeblich, ich zitiere, Social-Media-Kampagnen die teils von Putin finanziert werden Vor diesem Hintergrund würde mich interessieren auf welche konkreten Kampagnen bezieht er sich und welche Belege kann er vorlegen, dass diese tatsächlich von Putin finanziert werden? Ja, hier würde ich gerne auf die Worte des Ministers verweisen und die auch so für sich stehen lassen Eine Nachfrage? Jetzt gab es von verschiedensten Bauernprotesten Kritik an dieser zitierten Äußerung von Habeck mit Verweis darauf, dass diese darauf ziele, die Bauernproteste zu delegitimieren mit dem Verweis auf Putin und die angebliche Finanzierung Da würde mich interessieren, war das tatsächlich die Absicht des Wirtschaftsministers und wenn nein, was war die Intention, Putin und diese Finanzierung sprachlich ins Spiel zu bringen bei einer Äußerung bezüglich der Bauernproteste? Also der Minister hat ja immer deutlich gemacht in diesem Video und auch schon vorher, wenn es um Proteste ging dass legitimer Protest in der Demokratie natürlich immer möglich ist und immer möglich sein muss aber dass legitimer Protest eben dort endet wo Gewalt ins Spiel kommt wo Persönlichkeitsrechte verletzt werden Das hat er hier gesagt und hat es auch vorher schon betont Insofern geht es nicht darum, Proteste generell zu delegitimieren und der Verweis, den sie eben genannt hatten das war ein allgemeiner Verweis auf die allgemeine Desinformationslage die wir in Deutschland auch anderswo zur Kenntnis nehmen Hintergrund In dem bereits erwähnten Videostatement von Vizekanzler Habeck anlässlich der Bauernproteste am 8. Januar wird im Gegensatz zur Darstellung der Ministeriumssprecherin sehr wohl die Äußerung bezüglich teils von Putin finanziert im direkten Zusammenhang mit den Protesten der Bauernverbände getätigt Davon kann sich jeder selbst überzeugen Das Statement des amtierenden Wirtschaftsministers im Duktus eines Laienpredigers vorgetragen beginnt mit den Worten Der Bauernverband hat für heute und die nächsten Tage zu Protestaktionen aufgerufen Das ist ihr gutes Recht Allerdings warnt der Bauernverband selbst davor dass die Proteste nicht vereinnahmt werden dürfen Es kursieren Aufrufe mit Umsturzfantasien Zitat Ende Anschließend spricht er von einer Entgrenzung der freien Meinungsäußerung und geht dann erstmal recht sachlich auf die wirtschaftliche Situation der Bauern ein nur um mit diesen Ausführungen überzuleiten auf die Aussage Unsere liberale Demokratie ist ein Schatz den wir verteidigen müssen Darauf aufbauend verweist er mit folgenden Worten wieder explizit auf den Bauernverband Der Bauernverband betont immer wieder dass er gewaltfrei und friedlich demonstrieren will Die Erfahrungen der letzten Demonstrationen beweisen allerdings, dass dies nicht bei allen ankommt Wenn an Traktoren Galgen hängen wenn Traktorkolonnen zu privaten Häusern fahren dann ist eine Grenze überschritten Zitat Ende Und genau in diesem sprachlichen Kontext fällt dann anschließend auch seine Behauptung bezüglich der angeblichen Finanzierung durch Putin im Ex-Video-Clip ab Minute 6,59 Es ist ein Wesenszeichen der liberalen Demokratie dass sie auch ihren Gegnern Platz gibt Aber unser Grundgesetz setzt verfassungsfeinden Grenzen Social-Media-Kampagnen, die teils von Putin bezahlt werden in denen man sich als Opfer inszeniert um Gewalt gegen Personen und Dinge zu rechtfertigen Zitat Ende Angesichts der von Habeck in seiner Ansprache selbst vorgenommenen Kontextualisierung ist es nicht überzeugend wenn seine Sprecherin jetzt erklärt der Verweis auf Putin-Finanzierung sei ganz allgemein gewesen und bezüge sich gar nicht auf die Proteste der Bauern Erinnern wir uns an die Chronologie des Habeckschen Statements 1. Verweis auf die Aufrufe der Bauernverbände zu Protesten 2. Doch nicht alle Bauern demonstrieren friedlich 3. Es existieren Aufrufe mit Umsturzfantasien einige Protestformen der Bauern hätten Grenzen überschritten 4. Unser Grundgesetz setzt verfassungsfeinden Grenzen 5. Social-Media-Kampagnen, die teils von Putin bezahlt werden in denen man sich als Opfer inszeniert 6. Wehren wir die Bedrohung ab, seien wir solidarisch Außer Habeck und seiner PR-Entourage im Wirtschaftsministerium wird es wohl nur wenige Zuschauer Hörer seiner Ansprache geben die hier nicht den Versuch sehen rhetorisch eine Verbindung zwischen Bauernprotesten der teils von Putin-Finanziert-Referenz sowie Verfassungsfeinden herzustellen Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen